Ja, insgesamt dürfen wir einfach nicht aufstecken. Wir haben jetzt mit der Mannschaft noch nicht gesprochen. Also ich habe mit der Mannschaft gesprochen, der Christian Keller hat mit der Mannschaft gesprochen. Wir müssen weiter arbeiten, auch wenn die Fans sehr kritisch sind im Moment. Berechtigt auch, ist klar, von Teilenstand es schlägt. Wir haben jetzt doch einige Spiele verloren und ja, hilft nichts. Die Mannschaft muss aufgebaut werden, wir müssen weitermachen. Und wir prüfen auch gerade die Mark, dass wir uns verschärben mit dem ein oder anderen Spieler, der uns weiterhilft. Mit einem oder anderen erfahrenen Spielern. Und ja, weiter geht's. .